Vorsprung heißt Digitalisierung, den nächsten Schritt gehen, den Kunden ins Fahrzeug mit reinnehmen und dort Erlebnisse schaffen. Wenn ich das perfekt kombiniere, also praktisch das physische Erlebnis mit dem digitalen Erlebnis perfekt in Einklang bringe, dann ist es eine neue Kategorie von Erlebnissen und damit das neue High-Class-Erlebnis. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Panel-Diskussion zum Thema Aufbruch in neue digitale Welten. Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden also exklusive, auch gut kuratierte Service-Angebote machen und ihnen damit das Leben erleichtern, denn das Auto wird zum Lebensraum. Es wird einfach immer individueller und wir müssen jeden einzelnen Kunden genau mit dem adressieren, was er oder sie braucht. Also was wir heute auf jeden Fall schon haben, ist die MyAudi-App. Das ist der Schlüssel im Prinzip, um das Fahrzeug zu individualisieren, die Funktionen vorzubereiten und zu nutzen. Und wir können, wenn der Kunde seine Zustimmung gibt, auch Datentransfer zum Händler machen, was dann für einen Servicefall einen Riesenvorteil darstellt. Datensicherheit, oberstes Gebot, für uns super wichtig, das Vertrauen auch zu gewinnen, dass die Daten dort sicher sind. Man kann gerade an dem Fahrzeug auch sehr schön sehen, wie mutig Audi eigentlich auch die Zukunft neu definiert. Und ich glaube, diesen Pioniergeist, diesen Mut, auch mal andere Wege zu gehen, den sollte Audi auf jeden Fall weiter kultivieren. Ich schaue super positiv in die Zukunft. Zum einen haben wir hier schon heute fantastische elektrische Fahrzeuge auf der Straße, die man hier ja auch erleben kann. Aber wissend, was da noch alles in der Pipeline ist, stimmt mich extrem zuversichtlich und positiv. Und ich freue mich einfach sehr auf das, was da noch kommen wird und bin gespannt, wie das dann auch so ankommt. Und damit lassen Sie uns bitte gemeinsam die Zukunft beschreiten. Sie wird digital, sie wird nachhaltig und sie wird Audi. Vielen Dank.